kantine um ich glaube ich kann sich drauf ausgekommen läuft scheiße läuft so ein sleepings ist das jetzt in der richtigen sleeping 800 wenn die linke geld könnte ich gucken da kann ich ganz gut reinschauen ist immer noch rechte kann man nicht reingucken in die dinge ja ich sehe ich gehe raus linke 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 ich glaube dass er da stehen bleibt und was looted aber es sieht nicht so aus kommt raus geht weiter jetzt geht er in rent 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 hat ich glaube nur eine s-word hinten drauf ak oder so ist nicht zu lang polizei raus an der wache test wach hier oben ich lauf mal richtung runter mal gucken dass du weiter ja ich behalte ihn im auge auf der grünen turm oder was weiß ich nicht das könnte sein ich sehe es nicht mit der kamera 7 leider sag einfach wenn du das siehst welche waren auch gut kamera 4 du hast dich doch aufgestellt ja aber mit den bäumen ja der ist tatsächlich hochgeklettert auf den grünen turm klettert jetzt wieder runter den ersten da an der mauer runtergekommen oder den bei der bampere ist am wachhaus ist jetzt am wachhaus ja 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 am wachhaus vorbei der hat irgendwas klamotten weiter der ist dunkel 165 ist er gerade die straße runtergelaufen einer ist gerade die straße runtergelaufen oder war noch einer weiter oben ok den habe ich gerade getötet der die straße runtergelaufen also entweder der klamotten gewechselt oder da war einer der weil der war total dunkel ja der war dunkel ich habe gerade einen hellen gesehen aber das kann nicht sein dass er dann eine klamotte gefunden hat dann kommt die straße runter tünn da Vielen Dank.